Die Map kennen wir noch nicht, ne? Nö, ich kenn sie auch nicht Nice Und ich bin direkt am Arsch, ne doch nicht Ah, ok, dieses hat noch gar nicht angefangen Ich hab dich nur mit einer Granate abgeworfen, zufällig Whatsapp Ja man Achtung, ich bin kurz AFK, ich schreibe, ich antworte nur kurz Okay, hier im Pool sind Texturfehler So, da habt ihr auch gehört die Antwort aus, was sie sieht Und ich bewege mich auch wieder Nicht, dass hier wieder, dass ich wieder sterbe, oder was? Da ist ein Texturfehler an der Map Ja, echt, das ist Oh, ne Deagle Oh, ich hab schon ne Deagle Lol, alles klar, was ist das für ein Spray? I don't know, I don't know Hä? I don't know Was ist da los? Äh, wenn es sein muss, da verreck ich ja Wenn es sein muss, da verreck ich ja Für die Gang Für die Gang Für die... Für die Gang Reality sucks Alter, da war Thomas Alter, Chris, Junge Du tödest du alle außer den einen Äh, Max Nee, Michi Bei mir ist es immer Standspiel und dann kommt das nächste Straight to win Alter, ey Ich hab nichts gereist gehabt, ne? Nice, Chris, nice Das war schnell Ja Hier gehts dann auch ganz rein Ich hab vielleicht gerade 5% der Map gesehen und dann war ich auch schon weg Ja Okay, ist n... Ja, aufsdurch seht ihr da so'n Thomas fliegen und dann seh ich dann noch so'n Eintyp und den baller ich ab und dann so'n Trade is win Nice Und ich hab noch 40 AP Ich hab 40 AP Alter Heißt das, ich hab mich richtig erschreckt oder richtig erschrocken? Richtig erschrocken, ne? Richtig erschreckt, glaub ich Ich glaub erschrocken Und jemand ist gestorben Alter, hier gibt's noch nen Keller Ja Ich seh'n auch da Und hier ist ein Toter Und hier läuft Countrymusik Der hat hier anscheinend eine gute Party gehabt Oh, jetzt leg ich beim Toten Hehehe Alter, hier sind wir lohn Loll Ey Felix, das... die Runden gehen mir zu schnell, chillt mal Hehehe Nein, hier ist ein Minecraft-Poster Tatsächlich, Moment Das wollen wir kurieren So Danke Hier ab Was ist das? Fugst du das? War auch gar nicht wunder Wir sind Melonen Boah Boah Oh, schade Trotz wird alle Kabel geholt Schade sind keine Props Komm rein in die Melonen Hm Wow Nicht huge Was ist das für hier? Die will jeder haben Äh Achso Für die... für die Gä Wo scheiden die alle? Ich guck mir die Map an Ich auch Alter Was ist das denn hier? Videokamera Uli Ach, da waren wir auch gerade Ah, okay Alter, hier sind ja voll... Viele... Hotelzimmer Alle sind gleich Oh, wow Was ist das hier? Das blunt sich mal so Oh, hier geht's wieder runter Wollen wir eine feiern? Okay War das hier lang? Ja doch Geh immer der Musik nach Aber nimm... nimm auch äh... Vollstart Oder Grober Grober Oder Magneto Ja, ich will auch wieder spielen Nein, verpiss dich Oh man Wo seid ihr? Was ist das denn, Alter? Das ist ja richtig schul Oh, ich will mitspielen Ich will mitspielen Oh, ich will mitspielen Oh, ja, den bin ich Oh Was mit dem hier? Nö Mann, darf ich nicht mitspielen? Ich sehe einen Schatten da oben Naja Das bin ich Glaub ich Denke ich Moment, wer lebt noch? Äh, ich lebe auf jeden Fall noch Ach, wo bist du? Ich bin weggegangen Und Michi lebt auch noch Den sehe ich Felix? Also ist Felix vorn gestorben Oder ne, Moment Ja, also ich vertraue Ich vertraue Gott Chris Aber es gibt zwei hier Aber ich glaube es sind Michi und Toni Ah, du bist... Also... Ich kann ja nur so... Oh, da warst du jemand Das ist ein Hebel Ich hab das Licht ausgemacht Oh, das sind gleich zwei Alter, Chris, es ist, Chris, es ist, Chris, es ist Nein, ich bin es nicht Tony, du bist schlecht beim Faken Das ist unfassbar, Digga Was fällt dir rein? Mich einfach auf Ich hab mich grad absolut erschrocken Warum hab ich noch geballert? Du bist doch so Spaß wie Toni Du bist doch... Ich weiß, ich bin doch der Chris der Lappen Nein, Spaß, ich bin nicht tödter Doch bist du, weil... Wenn du mich tödest wär das so random, ne? Ohne Spaß Ich... Chris und Michi sind beide tot Das weißt du, ne? Nein Doch Tatsache Spaß Weiß ich gar nicht Für die Gang Was? Hä? I'm a fucking ninja Ich bin gestorben, ey Wie denn? Ich war in so'n Raum, da waren richtig viele Melonen Ich werf so ne Discombo rein Die Discombo explodiert und ich sterb irgendwie von den Melonen-Stunden Oh, hier. Für die ganz Kleinen. Das ist nice. Run auf den Klo. Hä? Aber bitte nicht gucken. Warum kann ich mir die... Ähm. Okay. Er war plötzlich so leise. Felix! Ich dachte locker, das Traitor stand da schon wieder so. Oh. Wir beide erst im Abstand nehmen. Ein bisschen nach Traitor-Shop aus, wenn ich ehrlich bin. Bei mir nur. Bei wem? Bei Chris, also ich? Nein. 5 Euro auf Chris. Tja, viel Spaß. Weg von mir. Äh, es ist College Master. Äh, es ist es. College Master. Ja, Mechi. What the fuck, was war das denn für ein Prefire? Also die, die Roten sind bei der Map eigentlich viel zu schnell. Ja, ja. Finde ich eigentlich voll schade, weil die Map sieht eigentlich voll interessant aus. Was der Witz war noch, ich hab ihn halt wirklich weggemacht, ohne zu wissen, dass ich Traitor bin. Und dann merke ich danach. Echt? Ehrlich. Deswegen, weil das hat sich halt übel so angehört, als wärst du halt inno und das, weil du das immer sagst, als inno. Ich hab das einfach gestehen. Okay. Ich hab das einfach gestehen. Hast du mich jetzt echt getötet, weil es außerdem einen Traitor schafft? Ja. Ich hab auch sogar gesagt, wie kann man die Schroffhinter aufheben, Digga. Hab ich nicht gehört. Weil er hat geschrofft, Digga und ich hatte keine Primärwaffe und ich stand genau über, Digga. Leute, hier ist Wasser, wo man automatisch wieder hoch. Hier ist sie wieder, hier ist sie wieder. Und töte mich jetzt bitte nicht. Ich bin hier bei der Schroffhinter. Warte, jetzt hälst du dir noch ein paar Matchwaffen. Du musst dich bewegen, sonst geht das nicht. Ja, hier musst du mich wieder töten, Felix, ne? Ja, ja, ja. Ich bin hier bei der Schroffhinter. 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 Ich bin hier bei der Schroffninter. Ah, okay. Gut. Gut, Drohung. Oh. Felix. Ja, alles klar. Ich bin hier mit Felix. Wenn ich tot bin, war es Felix. Und Chris. Wer hat der? Kommen wir schon verdächtig vor hier. Ah! Bäh. Hä? Ich verstehe das Spiel. Achso. Also Chris. Boah, das ist gerade wie in einem Horrorfilm, Alter. Boah, das ist gerade wie in einem Horrorfilm, Alter. Findest du? Ja. Oh, ein Bumerang. Den hast du verfehlt, du kleine Drecks, Lotte. Was? Toni? I'm back in business, bro. Oh, er hatte ich gerest. Gar nicht. Ding. Ahem. Kriss. WTF? Fuck. Ich hab nichts gesehen. Es war komplett schwarz. Ich hatte so Angst, dass du meine Taschenlappe siehst. Hä, Digga, was ging denn da ab gerade schon wieder? Ja. So gut will du wissen. Hä? Hä, was war denn jetzt gerade passiert? Was? Warum waren alle auf einmal tot? Weil, äh, wir die umgebracht haben. Ja, aber wie, wo, wann, was, wie durch? Na ja, die beiden waren, also Michael stand da einfach still. Wow. Na bitte. Und, äh, plötzlich war Felix da und dann war auch Toni da und dann haben wir beide abgeknallt. Das war aber komisch. Aber, dachte ich, ich dachte, wir beide hätten die aber geteilt, aber da habe ich gesehen, dass Felix ihn aufgeknallt hat. Oh. Und dann dachte ich, oh, achso, Felix. Puff. Wo ist der D4? Wo ist der D4? Ich hab ungefähr. Äh, kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber das ist so ein Herz. Ja bitte. Und das ist so ein Herz? Herz mit Herz mit, ähm. Und wenn, wenn, also angenommen, du hast mich wiederbelebt, äh, und du wärst gestorben, oder bist du so? Ich glaube, du bist gestorben, ne? Ich bin gestorben, ja. Äh, hätte ich dich wiederbeleben können? Ich glaub schon. Wenn du genug Punkte hast? Ja, das kostet zwei und mein... Ich, nicht töten! Vielleicht bin ich da aus dem Game rausgepackt. Ich suchte gerade, ne? Nein, ich suche gerade eine Schroffelte, aber es ist so drück. Bei mir? So, hab's dir, danke. Gut. Dankeschön. Ich geh auch wieder. Du? Und vertraue ich dir. Felix? Jo. Ich bin hier mit dem dunklen Eck einfach. Wie ist es für mich so ruhig? Das macht mir Angst. Ja. Oh Gott. Felix. Ich bin bei Felix. Oh nein. Jetzt bin ich mit ihm in der Abstellkammer. Mhm. Da hörte mich sehr vergewaltig. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Oh, hier ist noch einer. Oh, hier ist noch einer. Oh, hier ist noch so ein Jordan. Auf so einer Bühne. Ich verstecke mich jetzt. Ihr Wichser. Könnte mich machen. Ah. Ah. Du wie er Felix. Halt aber eine. Dunkle Maps sind irgendwie richtig witzig. Ich find das so geil. Ich find das so geil. Das gibt dem Spiel irgendwie nochmal so einen anderen. Also Felix. Felix. Ich find so ein. Ah. Ich find mich lieber zu visit, Alter. Ich find die gerade mal so. Nein. Felix. Ab. Nein. Nein. Tschüss. Bei der wizard. Vielleicht kommt deine Perch, Alter. Sag nicht, du bist die Oma, Alter. Oh. Da seid ihr. Ah. Kannst du für mich in den Ofen steigen? Junge, Alter. Du warst so gruselig, Alter. Ich war oft ja gar nicht klar. Das knistert so komisch. Ah. Wie süß er schreit, ey. Ich denk jetzt, ich hab mich halt gerade wirklich erschrocken. Ach was soll. Allein hier drin. Ja. Texturfehler, geil. Was hast du da drin gemacht? Hast du dir einen runtergeholt? Äh. Ja. Jordan. Ich hab richtig Angst, dass er gleich einen Boomerang oder so zieht, ne? Oh. Ich entdecke gerade die Map. Oh. Oh. Felix. Ich weiß halt echt noch nie. Geh weg. Felix. Schieß mal. Ich smoke ein bisschen. Schieß nochmal. Alter. Wie kann ich der Raum, bitte? Leute, ihr bisher kommt. Ich glaub, es ist... Oh, ich scheiß drauf alles. Jordan. Hier ist vorher cool Raum. Oh, nee. Was ist das? Erdbeben. Nee. Ja, ein Friendship. Du bist bei mir dann näher hoch gegangen. Was ist da hoch? Da, ne? Das heißt... Ähm, muss ich hier dran. Ja, es ist Michi auf jeden Fall. Ich geh nach der Runde auf. Wo ist der? Michi. Okay. Lähnen doch alle? Das ist... Das ist Felix. Ähm. Ich seh auch gar nichts, ey. Ich bin mir Taschenlappe. Fuck, mein Life ist es auch Chris. Ich bin mir Chris. Was? Was? Oh, zu groß. Alter, ey. Oh, zu groß. Oh, zu groß. Alter, ey. Oh, zu groß. Vor allem, ich, ich dachte mir so. Er hat eine Rifle in der Art. Ich sag so, Chris, schieß mal. Er schießt, es kommt kein Sound, ne? Was kam ich? Nein, es kam keiner. Dann war ich mal überlegen, ob ich dich umballer. Und dann hat er halt, glaube ich, auf die richtige Rifle geswitcht und dann nochmal geschossen. Nö, ich hatte die, ich hatte die, die, die ganze Zeit. Ich hatte keine Fahrt, keinen. Oh, wow. Aber trotzdem, äh, wollte ich dich wegmachen, weil bei mir kein Sound kam beim ersten Mal.